Die Ära Wehner, Messlatte und Mythos. Unter diesem Titel hatte ich die Gelegenheit, am 25. September 2020 vor etwa 35 Personen in einer Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung zu sprechen. Der Titel lautete die SPD-Bundestagsfraktion und ihre Geschichte und ich durfte zehn Minuten über Herbert Wehner sprechen. Elf Minuten sind es geworden und ich dachte mir, vielleicht interessiert es noch ein paar andere. Darum hier auf YouTube einmal dieses Video. Erstes Zitat. Hart, diszipliniert, freudlos, ein Mann fürs Grobe. Als Fraktionsvorsitzender eher ein Zuchtmeister, als ein demokratischer Führer. Dieses Charakterbild von Herbert Wehner stammt nicht aus der wissenschaftlichen Forschung. Es stammt aus einem Roman. Es zeichnet das Bild eines recht eindimensionalen SPD-Fraktionschefs und dieses Bild wiederum ist selbst recht eindimensional und es ist einfältig. Kurzum, so war Wehner nicht. Zweites Zitat. Er war überhaupt ein anderer als der, als der er dargestellt wurde in der Öffentlichkeit. Selbst in der Öffentlichkeit war er ein anderer, als der er dargestellt wurde. Greta Wehner. Mit über 13 Jahren, von Oktober 1969 bis März 1983, ist diejenige von Herbert Wehner bis heute die längste Amtszeit aller SPD-Fraktionsvorsitzenden. Allein ihre Dauer legt nahe, die Ära Wehner als Messlatte zu bezeichnen. Hinzu kommt die enorme öffentliche und politische Wirksamkeit, die er in diesem Amt erzielte. Hier zitiere ich ausnahmsweise einmal den Spiegel. Im Jahr 1976 kündigte er seine sechste Wehner-Titelstory an. Auf dem Titel stand der Wählerschreck. Der lange Artikel begann wie folgt. Neben Konrad Adenauer hat Herbert Wehner die Politik der Bundesrepublik am nachhaltigsten beeinflusst. In Wirklichkeit begann sie schon viel früher als 1969, die Ära Wehner in der SPD-Bundestagsfraktion. Von 1949, also von Anfang an, war er Abgeordneter in Bonn. 17 Jahre Mitglied des Fraktionsvorstandes, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Gesamtdeutsche und Berliner Fragen und Vorsitzender des Außenpolitischen Arbeitskreises der Fraktion. Er war zweimal von 1957 bis 1958 und von 1964 bis 1966 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die letzten drei Monate des Jahres 1966 amtierte er anstelle des Erkrankten Fritz Erler als Vorsitzender. In dieser Zeit drückte Wehner der parlamentarischen Politik der deutschen Sozialdemokratie seinen Stempel auf. Auf vielen Feldern ist seine Handschrift zu sehen. Hier einige Beispiele. Seine Jungfernrede von 1949. Scharf kritisierte er die kommunistischen Staatsakte in Sowjetpreußen, die Gründung der DDR. Er forderte Freiheit und freie Wahlen in ganz Deutschland. Unser Nationalfeiertag, Tag der Deutschen Einheit, ist Herbert Wehners Erfindung. Sein entscheidender Beitrag und Mitwirken am erfolgreichen Zustandekommen von Jean Monnets Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa. Unermüdlich kämpfte er dafür, die deutsche Teilung zu überwinden. Nach 1959 kam er dabei zu der Einsicht, dass internationale Verhandlungen nicht zum Ziel führen würden. Es blieb, neue Wege zur innerdeutschen Entspannung zu suchen und eben in diesem Zusammenhang seine große Rede vom 30. Juni 1960 im Bundestag, in welcher er die Westbindung namens der Sozialdemokratie anerkannte. Damit machte er den Weg zur Regierungsbeteiligung frei. Wehner zitierte oft Kurt Schumacher. Der hatte gesagt, das Wesen der Opposition ist der permanente Versuch, an konkreten Tatbeständen mit konkreten Vorschlägen der Regierung und ihren Parteien den positiven Gestaltungswillen der Opposition aufzuzwingen. Demzufolge stand er für beides, für Kooperation und für Konfrontation. Wenn es darum ging, das Parlament gegen rechtsextreme Angreifer zu verteidigen, wurde Herbert Wehner, daran darf heute wohl erinnert werden, auch einmal handgreiflich. Das war im März 1950. Da war trotz Hausverbotes der wegen Nazi-Umtrieben verurteilte Abgeordnete Wolfgang Hitler im Bundestag aufgetaucht. Er missbrauchte einen Parlamentsraum für eine Pressekonferenz. Herbert Wehner eilte hinzu. Zusammen mit seinem Fraktionskollegen Rudi Heiland, einem Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und einigen anderen Abgeordneten. Gemeinsam beförderten sie den Rechtsextremisten unsanft aus dem Gebäude. Und nach links? Im Oktober 1952 hatte Wehner ein Vier-Augen-Gespräch mit Adenauer. Darin zog er eine Grenze für die Opposition. Dass die SPD in keinem Fall zu einer Kollaboration mit den Parteigebilden im sowjetischen Herrschaftsbereich in Deutschland bereit sein dürfe. Die klassische Rede vom 30. Juni 1960 steht nicht allein. Es gab zahlreiche Bemühungen und Initiativen des gebürtigen Dresdners um Gemeinsamkeit von Regierung und Opposition. Dazu gehört die Art, wie er den Vorsitz in seinem Bundestagsausschuss ausfüllte, nämlich als sachorientierter Moderator. In seiner Rede vom 2. Dezember 1965 parierte Wehner für die SPD-Fraktion die Regierungserklärung Erhards unter anderem so. Das ist unser gemeinsamer Staat und niemand drängt uns wieder an den Rand dieses Staates oder gar aus diesem Staat hinaus. Auf dieser Linie führte Wehner die Sozialdemokratie 1966 in die Regierungsverantwortung. Es folgten drei Jahre, in denen er als Bundesminister nur einfacher Abgeordneter war. Dann, im Herbst 1969, begann die zweite Phase der Ära Wehner im Parlament. Er wurde Vorsitzender ihrer Fraktion. Kurz bevor er mit 63 Jahren sein Amt antrat, nach der knapp gewonnenen Wahl bezeichnete der neue SPD-Fraktionsvorsitzende das, was jetzt begann, als eine Wanderung auf einem Höhengrad, die unsere höchste Aufmerksamkeit und Spannkraft erfordern wird. Die Mehrheit für die SPD-FDP-Koalition war knapp. Wehner sah es als seine Aufgabe der Regierung Willy Brandts, diese Mehrheit zu sichern. Die Fraktion wollte er auf diesem Weg mitnehmen, sie motivieren. In einer Klausurtagung im Mai 1970 sagte er, was wir tun, bildet Geschichte. Die Fraktion müsse die Strömungen und Vibrationen der Gesellschaft integrieren, um diesem Jahrzehnt die soziale Prägung zu geben, deren unsere Bundesrepublik Deutschland bedarf. Wehner verteidigte die Reform- und Ostpolitik der Regierung gegenüber dem innenpolitischen Gegner. Dazu gehörte sowohl klare Kante zu zeigen, als auch versöhnliche Zwischentöne anzustimmen. Er war eben nicht einfach ein Mann fürs Grobe. Die Fraktion führte er, mit Autorität. Aber für begründete Kritik hatte er durchaus ein offenes Ohr. Einige wenige Austritte und Fraktionswechsel konnte Herbert Wehner nicht verhindern. Doch insgesamt hielt die Fraktion zusammen. Und die Regierung Brandtscheel überstand knapp das Misstrauensvotum von 1972. Die vorgezogenen Neuwahlen am 19. November brachten der SPD das beste Ergebnis aller Zeiten. Nach der ersten Fraktionssitzung sang Wehner in der Bundestagskantine fröhlich die internationale. Aber er warnte auch, das Wahlergebnis verpflichtet die Sieger. Wir dürfen weder übermütig noch leichtsinnig werden. Wehner sah die Entwicklung der Ostverträge gefährdet, insbesondere auf dem Gebiet der humanitären Hilfe. Nicht bei Nacht und Nebel, sondern im Scheinwerferlicht der Medien fuhr Herbert Wehner am 30. und 31. Mai 1973 mit Greta zum ersten Mal in die DDR und er löste im Gespräch mit Honecker die sogenannten Kofferfälle. Hier zeigt sich ein Einsatz, welcher typisch für Wehner war. Hilfe für Menschen in Not, ganz unabhängig davon, ob dies seiner Karriere förderlich war oder nicht. Als Fraktionsvorsitzender konnte er seinen Einfluss dafür nutzen. Das allein erklärt schon, warum er trotz aller Erschöpfung gegen Ende der Ära Brandt nicht in den längst verdienten Ruhestand ging. Im Zusammenhang mit der Enttarnung des DDR-Agenten Guillaume trat Willy Brandt im Mai 1974 zurück. Immerhin, mit Helmut Schmidt wurde schnell ein geeigneter Nachfolger gefunden. Mit ihm funktionierte die Zusammenarbeit reibungslos. Der SPD-Kanzler erinnerte sich, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Gewissheit gehabt, mich auf Wehner verlassen zu können. Dass Schmidt Wehner brauchte, teilte ihm unter anderem 1976 zu seinem 70. Geburtstag mit, handschriftlich. Ohne dich ginge es nicht. Du musst wissen, dass ich dies weiß. So blieb Wehner um Jahre länger im Amt, als ihm dies persönlich gut getan hat. Besonders wichtig für die Koalition waren die Fraktionsvorsitzenden, Herbert Wehner und Wolfgang Mischnick. Beide kamen aus Dresden. Sie verstanden einander. Ein herausragendes Beispiel für ihre Zusammenarbeit ist das Mitbestimmungsgesetz von 1976. Dieses war tief umstritten zwischen den Sozialpolitikern der SPD und den Wirtschaftspolitikern der FDP. Wehner machte die abschließenden Verhandlungen zur Chefsache. Er brachte sie gemeinsam mit Mischnick zum Erfolg. Damit sind die beiden mit Recht als Väter der deutschen Mitbestimmung zu bezeichnen. Scharfe Auseinandersetzungen mit Franz Josef Strauß gab es nach dem Bekanntwerden von dessen Sonthofen-Marie. Darin hatte der CSU-Vorsitzende die Gemeinsamkeit der Demokraten im Grundsatz bestritten. Wehner sah hier einen Bruch mit der von ihm im Juni 1960 vorgetragenen Politik einer Überwindung der innenpolitischen Verhetzung. Er geißelte diese Entgleisung von Strauß im Bundestag ätzend. Wehners Bemühungen um Hilfe für Menschen in der DDR gingen weiter. Über Anwalt Wolfgang Vogel hielt er den Kontakt zu Honecker. So konnte Zehntausenden Ausreisewilligen geholfen werden. Ohne ein begeisterter Anhänger des NATO-Doppelbeschlusses zu sein, unterstützte Herbert Wehner den außenpolitischen Kurs des Bundeskanzlers bis zum Schluss. Seine letzten Amtsjahre zwischen 1979 und 1983 waren gekennzeichnet durch wiederholte Erkrankungen. Gedächtnisprobleme machten sich bemerkbar. Herbert Wehner war Diabetiker. Unterzuckerung mag zu manchen seiner Temperamentsausbrüche beigetragen haben. Herbert Wehner stammte, das kommt hinzu, aus einer autoritären Zeit. Hier kam er nicht aus seiner Haut. Und doch politisch gesehen wollte er das Autoritäre überwinden, zeitlebens. Manches Mal vergriff er sich im Ton. Doch seine Reizbarkeit hatte mit den Verletzungen zu tun, welche ihm in seinem langen politischen Leben zugefügt worden waren. Der parlamentarische Redner Herbert Wehner ist durch viele Schmähworte im Gedächtnis geblieben. Sie tragen zu seinem Mythos bei, sind jedoch nicht unbedingt verehrenswert. Die Messlatte, welche Wehner für sich und die deutsche Sozialdemokratie sah, legte er selbst so an. Ich habe gelernt, dass es notwendig ist, alles, auch das Leben, dafür einzusetzen, damit wir in Deutschland endlich die Übereinstimmung zwischen freiheitlich-demokratischer Staatsordnung und der sozialen Gleichberechtigung aller Menschen sichern. Die deutsche Sozialdemokratie und ihre Fraktion brauchen keine Geschichtsmythen, sie brauchen keine Apologien und keine unfaire Polemik, sondern ein seriöses, realistisches Bild, an dem sie sich messen und messen lassen können.